Pokémon! Setz ihn ein! Setz ihn doch ein, du dummer Honk! Tja, das Fass hätte dich recken können. Ja, ich wollte ja noch rein, aber es war halt dann nicht möglich. Ja, auch Pikachu. Dummes Fisch! Bam! Beide gekillt! Shit ey, das gibt's doch nicht, du hast mich weggebracht. LOL, jetzt fällt dir auf! Ist ja geil! Ich hab's dir immer rübergebracht. Ich könnte es doch noch schaffen, meine Stage zu verteidigen. Du weißt es nicht schaffen, weil Luigi hat zwei Leben. Fuck! Und ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wenn ich jetzt meine Mega-Leistung abrufe, dann vielleicht schon. Deine Mega-Leistung. Oh, der muss dich verpissen. Der ist okay. Komm hier, Duell, du alter Sparken. Luigi. Das schaffst du nicht. Geht's fast? Geht's fast? Wird die F? Das Fass kann ich auch wegbringen. Bullshit. Willkommen zu meinem Mini-Let's Play zu Super Smash Brothers für den Nintendo 64. Im November 1999 begann diese Spielserie, die heute richtig, richtig beliebt ist. Aber natürlich auch schon damals. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Die beliebtesten Nintendo-Charaktere betteln sich. Sie schlagen sich gegenseitig kaputt. Das letzte ist vielleicht ein bisschen fies, aber da lass ich mich einfach... Nein! Boah, das klang ja richtig geil. Gescheitert. Irgendwie so ein Typ von der Regie oben schreit drunter. Gescheitert. Die Stimmen sind so kacke. Aber irgendwie auch lustig, oder? Boah, scheiße! Gekommen wäre. Nein! Ich drück doch oben, B. Warum macht ihr denn nichts? Na endlich. Boah, du bist so fies, Damos. Ja, verkackt. Mann ey, das war jetzt echt Pech. Ähnlich wie bei Zelda konnte ich das anfangs auch nicht ausstehen. Also ich habe das halt in einem Magazin, ich glaube Computerbildspiele war das damals, gesehen. Und hab dann halt gelesen, ja, beliebte Nintendo-Charaktere bekriegen sich, schlagen sich tot. Und ich muss echt gestehen, da ist in mir damals eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, wie kann denn ein Donkey Kong einen Mario schlagen? Oder ein Pikachu, ein, ein, keine Ahnung, ein Yoshi? Das hat mich echt zum Crying gebracht. Damals als 10-, 12-Jähriger, keine Ahnung wie alt ich damals war. Und das wollte ich einfach nicht spielen, ich habe da protestiert. Nein, das ist nicht wahr, die schlagen sich nicht, die sind BFF. Aber dann hat es sich mein Freund gekauft. Der war anfangs übrigens derselben Meinung, aber dann hat er sich doch gekauft, die falsche Schlange. Und relativ schnell hat er es geil gefunden und mich gezwungen ist auch mal zu zocken. Ja, und dann ist es mit mir passiert, ne. Ähnlich wie bei Zelda. Man muss halt erst mal die Sachen spielen und einfach mal rummault. Ähm. Und dann fand ich es dann doch cool. Zum Beispiel mit Donkey Kong Link zu verprügeln. Oder Kirby zu plätten. Wobei, Kirby mag ich. Geiles Pokémon, komm. Boah, Turtok, geil. Wie das aussieht. Voll lame. Hey, was macht ihr denn? Ich habe doch Open B gedrückt, jo. Ach, komm. Weiter. Ja, weiter. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich habe definitiv Open B gedrückt. Warum sollte ich nur B drücken, um meinen Schlag aufzuhören? Das macht ja keinen Sinn. Und Pikachu. Oh, der sieht voll fett und alt aus irgendwie. Ja, aber übel. Schau mal an, hey, wie der rumstellt. So richtig gebeugt, wie so ein alter Mann. Und, äh, voll mollig. Der hört sich auch so an. Kann kaum Frisse aufmachen. Schrecklich. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade verkackt. Ich singe mich in den Tod. Abgangsbund. Jetzt... Ich habe dieses blöde Ding. Aufblasbares Teil, ey. Level 6 schaffe ich nicht. Der Typ regt auf. Also, jetzt zeig mal, was kann er. Er kann schlafen. Schlafen. Super. Und... Schlagen. Super Pfund kann er einsetzen. Mann. Der Kerl ist doch ein Witz, oder? Aber ein schlechter Witz. Ja, komm. Alter, du kannst nichts. Ach so? Wenn man einmal im Rhythmus ist, dann ist es eigentlich sehr leicht. Ich flipp hier doch raus, ey. Aber ohne Scheiß. Ich war jetzt irgendwie im Rhythmus. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und dann war es voll einfach. Da muss man doch reinkommen, irgendwie. Ich komme trotzdem nicht damit klar. Ich weiß nicht, also ich und Yoshi... Das ist einfach keine Harmonie, ja? Also, normalerweise beschränkt sich der Hass ja wirklich nur auf Mario-Party. Aber so langsam merke ich, wir passen menschlich einfach nicht zusammen. Es ist so. Da kann man nichts machen. Da brauchst du doch nicht rumheulen. Nein! Ich bin da hängen geblieben! Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Das ist einfach nicht mehr wahr. Damit bin ich echt für den Let's Fail Preis, wenn es sowas irgendwann mal gibt, nominiert. Ich dachte wirklich, jetzt habe ich es im Sack und dann bleib ich da hängen. Ich habe nicht beachtet, dass ich doch tatsächlich am Start hängen bleiben kann. Mein Gott, ihr geist durch den F**king Player auseinander, Mensch. Hey, was ist denn das für ein Labyrinth hier? Wo sind die ganzen Plattformen bitte? Nein! Nein! Dieses gescheitert, das hört sich irgendwie an wie eine Beleidigung vom Tonfall her. Gescheitert! Du hast mich richtig abwertend bewertet hier.